Wir heißen Racer Draftians, weil wir uns schön betrunken und morgens um sechs im Club kennengelernt haben. Und dann auch ein bisschen abgefährt haben. Danach haben wir uns auf diverse Male auf diese Art und Weise getroffen. Und dann war es einfach die Einfassung abends. Das war so wirklich ein bisschen warm zu der Zeit. Betrunken und Nein sind immer noch irgendwie... Also meine erste Idee war damals oben von den Prinzen. Dieses Best-of-Album. Das habe ich auch immer noch. Aber ich höre das nicht so oft. Also ich glaube, ich habe mir eine Mini-CD weggeschmissen. Und die erste Mal, glaube ich, at Tribe Cool Quest. Ich habe mich mal geärgert, dass ich eine weggeschmissen habe. Mit dem Pokémon-Soundtrack. Den habe ich weggeschmissen. Und da habe ich mich richtig geärgert. Weil den wollte ich irgendwann wieder haben. Das hat mich richtig geärgert. Also ein Song, der uns in jeder Situation glücklich macht, den habe ich nicht. Also ich habe nicht. Also so einen allgemeingültigen Super-Song, den habe ich jetzt auch. Habe ich noch nicht kennengelernt, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das Schöne an Musik. Und dass sie halt genauso Varianten reichen als wie der Behm in dem Moment. Und deswegen habe ich für jede Situation einen anderen Song. Und ich glaube, das ist dann auch das Schöne daran. Wir sind jetzt gerade mit unseren Freunden aus Frankreich in Gesprächen. Da wollen wir auch nochmal hinkommen dieses Jahr, wenn das klappt. Was war noch? Das haben wir schon jetzt am Start. Dann wollen wir noch wieder mal nach Burghausen fahren. Das ist der beste Stadt der Welt. In der Nähe von der österreichischen Grenze. Da waren wir einmal. Das ist ein ganz kleiner Laden. Und da wollen wir auch nochmal hinfahren. Und dann wollen wir noch nach Freiburg fahren. Das haben wir auch vorgenommen. Ja, genau. In Karlsruhe. Und natürlich wieder mit Exit zurück nach Hamburg. Nach Hamburg wollen wir auch. Also da ist noch ein bisschen was geplant. Ja, wir wollen uns noch ein bisschen was angucken gehen. Ein paar Spiele. Da haben wir noch Lust drauf. Ein bisschen rumzufahren. Oh, das war jetzt die Frage aus diesen Teasern, ne? Ja, ich glaube, Sworn ist für uns, dass wir hier vor einer ranzigen alten Madratze sitzen, hinterm Netto. Und uns mit euch hinterhalten dürfen. Ich glaube, es ist auch so dieses Gefühl, so eine Achterparty morgens, wenn man denkt so, boah, was für den Tag? Aber eigentlich tut er die Frage, Alter. Worn to Sworn, ne? Worn to Sworn. Das hattest du gestern gesagt, ja. Das Bass ist für uns Kult. Ja, echt fiese Frage, ne? Ich glaube, dass irgendwie Dinge, an denen eine schöne Erinnerung gehen. Wenn man immer wieder erleben möchte und sich deswegen wiederholen.